Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Mautsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Wagen, Sie meinen Befehl zu unterscheiden! So weit ist das also gelogen! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sondern er ist es! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haus und nie das verrichtige Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrühten... Ist das Feindlinge? Verreicht ein Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch das Meist des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser glauben hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als witzigen... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle ihre Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich zu verraten und betragen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrater in dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden gesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deshalb Berlin verlasse, erfen Sie sich, der wollte ich! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!